Ein eigenes Online-Business aufzubauen kann schwierig sein und teilweise extrem viel Geld kosten. Im heutigen Video möchte ich euch aber eine Möglichkeit zeigen, wie ihr mit 0 Euro Startkapital starten könnt. Weder Vorerfahrung braucht, noch irgendwie das Ganze schon mal getestet zu haben oder sonst was. Ihr könnt als kompletter Beginner und Frischling mit der Sache starten und euer erstes Geld verdienen. Falls euch das jetzt schon mal gefällt, smasht den Like-Button und drückt hier auf den fetten Abo-Button, weil ich habe gehört, dass es Glück bringen soll. Also testet es auf jeden Fall mal gerne aus. Ich würde sagen, wir legen direkt los und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert und wie ihr das am gleichen Tag, also heute, nachmachen könnt. Zuallererst müssen wir auf eine gut bekannte alte Webseite gehen, die heißt Digistore24. Und keine Sorge, ihr müsst jetzt keine Videos machen, ihr müsst auch keine Nachrichten schreiben oder sonst was. Ich zeige euch vor allem eine coole Möglichkeit, wie ihr gleich doppelt an der ganzen Geschichte verdienen könnt. Einmal, wenn ihr Produkte promotet, plus über die Art und Weise, wie ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert, auch noch im Prinzip eine Einnahmequelle dadurch generieren könnt. So, zuallererst würde ich euch empfehlen, euch ein Produkt zu suchen, was wie eins zum Beispiel das hier ist, neues passives Einkommen, Kickstart. Es kostet nämlich einfach 0 Euro, aber ihr bekommt zum Beispiel 5 Euro Provision ausgezahlt. Der Kunde muss in dem Moment im Prinzip einfach nur sich eintragen und den Versand zahlen für das Buch, was in dem Fall, glaube ich, 4,99 Euro sind oder so und ihr bekommt aber 5 Euro Provision. Also der Kunde muss wirklich wenig zahlen und ihr bekommt verhältnismäßig eine hohe Provision und rechnet 5 Euro hoch, wenn ihr da einige Leute kriegt, dann könnt ihr auf jeden Fall gutes Geld mit der ganzen Geschichte verdienen. Es funktioniert natürlich mit jedem anderen Produkt auch. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, was ihr auf jeden Fall nehmen könnt und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil ich zeige euch eine coole Methode, wie gesagt, wie ihr noch an der ganzen Geschichte nochmal zusätzlich Geld verdienen könnt. Der nächste Schritt, den wir machen müssen, ist, wir brauchen erstmal einen guten Text, damit Leute auch wirklich Bock haben, da was von uns zu kaufen, wo wir dann den Link im Prinzip integrieren können und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Zuallererst gehen wir auf die Seite anyworld.com, der ein oder andere kennt die Seite vielleicht schon und was das im Prinzip ist, ist ein Copywriting-Tool, AI-gestützt, das heißt, es ist im Prinzip ein Roboter, der für uns später die kompletten Texte schreiben kann. Das Beste an der ganzen Sache ist, das Ganze ist for free, also wir können es kostenlos testen, müssen keinen Cent investieren, wie ich euch versprochen habe am Anfang des Videos schon, wir brauchen 0 Euro Startkapital. Nachdem wir uns angemeldet haben, landen wir auf dieser Seite hier und dann können wir hier auf Blog Wizard gehen, um uns einen neuen Blog schreiben zu lassen. Ihr seht, ich habe das Ding schon gut benutzt und habe schon ein paar Sachen mehr geschrieben. Ich würde euch auch empfehlen, schreibt einfach mehrere Blog Posts, dann könnt ihr nämlich mehrere verschiedene Varianten testen, um zu gucken, was am besten läuft. Was wir jetzt hier zum Beispiel machen, ist einfach einen Text schreiben, über den wir im Prinzip einen fertigen Text geschrieben haben wollen. Schon mal simpel, wir müssen nur eine Zeile reinschreiben und der schreibt für uns im Prinzip das komplette Projekt später. 5 Best Ways to Make Money Online 2022 as a Beginner. Dann können wir hier noch die Industrie auswählen, in dem Fall zum Beispiel Business & Finance und gehen einfach auf Next. Und jetzt generiert er schon für uns einen Titel, den wir nachher benutzen können, um unseren Affiliate-Link zu promoten. Ihr seht hier schon, 5 Best Ways to Make Money Online in 2022 as a Beginner. Hier sehen wir noch den Score. Je höher der Score ist, desto besser. Ich würde euch empfehlen, nehmt einfach immer den höchsten, in dem Fall einfach immer der oberste. Und wir klicken auf Next. Und ihr seht schon, bis jetzt müssten wir einfach nur ein paar Sachen anklicken. Also es ist wirklich easy und ihr könnt es wirklich ultra schnell zu Hause nachmachen. Hier haben wir jetzt die Outlines. Das sind im Prinzip die 5 Punkte, über die unser Video nachher geschrieben wird. Wie zum Beispiel hier der erste Punkt, Affiliate-Marketing, so wie es hier in dem Video gerade auch besprochen wird. Cryptocurrency-Trading, Dropshipping, PPC-Adversing, Digital-Products. Klingt alles schon mal ganz cool. Wir gehen einfach auf Next. Und er schreibt schon unseren Intro-Paragrafen. Ja, wir müssen nicht mal ein Intro schreiben. Das macht im Prinzip der Bot auch alles für uns. Coole Sache. Danke dir vielmals, du Blechbüchse. So, dann nehmen wir einfach hier wieder den Text mit dem höchsten Score, in dem Fall 56. Wir gehen auf Next. Und falls ihr da zum Beispiel irgendwas anpassen wollt oder so, könnt ihr es alles noch anpassen. Ich würde euch empfehlen, nehmt einfach immer den Text. Der sollte meistens eigentlich am besten passen. Ich werde jetzt mal hier einfach nur drei Wege machen, dass das Video nicht Ewigkeiten geht. Und geht es hier zum Beispiel hin und macht einfach mal die letzten zwei Punkte weg. Ihr seht, ihr könnt ja an der Seite alles bearbeiten, wie ihr wollt. Und jetzt hier bei dem ersten Punkt, Affiliate-Marketing, gehen wir hier einfach auf Generate. Und was er jetzt macht, er schreibt im Prinzip den kompletten Text über Affiliate-Marketing für uns zusammen. Und ihr seht, der Text ist sehr, sehr, sehr schnell geschrieben. Falls wir den noch länger haben wollen, können wir hier zum Beispiel einfach auf Continue gehen und schreibt ihr den Text noch weiter. Ich werde jetzt einfach mal hier den zweiten machen und den dritten noch. Und smash auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr euch denkt, okay, Lukas, das ist so simpel, das kann sogar ich nachmachen. Und das soll da eigentlich jeder, der ein PC oder ein Mobiltelefon hat. Ihr könnt es wahrscheinlich sogar am Handy machen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, das Ganze am PC zu machen, weil es da halt echt reibungsloser abläuft. So, hier haben wir jetzt das ganze Ding fertig. Hier gehen wir einfach auf Kopieren. Dann haben wir im Prinzip den kompletten Blogpost in unserer Zwischenablage gespeichert. Und was wir dann machen müssen, ist hier auf Google Docs zu gehen. Ihr könnt das Ganze einfach über Google finden, indem ihr Google Docs eingebt. Dann landet ihr auf der Seite hier. Ist im Prinzip eine kostenlose Word-Datei, wo wir einfach nutzen können. Wie gesagt, wir brauchen hier kein Geld in dem Video. Wunderbar. Zack, wir fügen das ganze Ding hier ein. Und jetzt müssen wir noch ein paar wichtige Punkte an dem Dokument verändern. Als allererstes würde ich euch empfehlen, macht einfach die Überschrift ein bisschen fett und ein bisschen größer, vielleicht zur Schriftgröße 14 oder so. Was wir dann noch machen können, sind zum Beispiel die einzelnen Punkte einfach ein bisschen größer machen. Oder halt fett besser gesagt. Was ich euch jetzt noch empfehlen würde, wäre einfach hier zwischendrin einen fetten Satz zu schreiben, wie zum Beispiel hier können wir vielleicht einfach noch schreiben, 5 Proven Ways oder so, 5 Proven Ways to Make Money Online 2022. Je nachdem, was für ein Produkt ihr halt promotet. Dann gehen wir jetzt hier hin, kopieren das Ganze und gehen hier im Prinzip auf Insert Link. Was wir jetzt hier machen müssen, wir gehen zurück auf Digistore 24 und je nachdem, was wir für ein Produkt promoten wollen, wie zum Beispiel das hier, gehen wir einfach auf Jetzt Promoten. Dann kopieren wir uns im Prinzip einfach den Link. Ihr seht, das Ganze ist schon reinkopiert. Dann gehen wir wieder in Google Docs und fügen hier in Google Docs unseren Affiliate Link ein. So, und ihr seht schon, das ganze Ding wird blau und wenn da jetzt jemand drauf drückt, landet der im Prinzip auf unserer Affiliate-Seite und sobald der Kunde da was bestellt, bekommen wir eine Provision. Was wir jetzt hier machen können, ist im Prinzip den Dinger einfach kopieren und zum Beispiel hier zwischendrin einfach nochmal reinzusetzen und hier unten vielleicht am Ende vom Text. So, ja, wir haben hier das ganze Ding. Wenn der Kunde das Ganze liest nachher, denkt er sich so, ey, cool, 5 Proven Ways to Make Money Online 2022 und hat hier schon ein paar Infos. Wunderbar. Was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist, wir wollen kostenlosen Traffic auf unsere Affiliate-Angebote locken oder treiben, besser gesagt, oder in dem Fall halt unser Google Document. Und da zeige ich euch jetzt eine coole Seite, wo ihr sogar noch dafür bezahlt werdet, Blogposts hochzuladen. Das heißt im Prinzip, ihr kriegt schon Geld durch die Seite, nur indem ihr dieses Google Document da hochladet. Plus, wenn Leute sich das ganze Ding durchlesen und auf die Links klicken, bekommt ihr für jeden Verkauf eine Provision. Ja, ihr könnt es natürlich auch mit verschiedenen Affiliate-Produkten machen, zum Beispiel welche, wo ihr eine monatliche Kommission kriegt. Dann habt ihr zum Beispiel einfach jeden Monat ein festes Einkommen, nur durch die Affiliates, die ihr angeworben habt. Ist auch schon mal eine coole Sache. Und die Seite heißt vocal.media. Ihr seht hier schon, top Geschichten, finden Sie neue handverlesene Geschichten, die Sie lieben werden, täglich aktualisiert. Das Coole aber hier ist, ihr könnt nicht nur Geschichten hochladen, sondern auch Anleitungen, Blogs und so weiter und so fort. Und wie ihr hier an der Seite schon sehen könnt, vocal ist eine All-in-One-Plattform, auf der Sie Ihre Geschichten teilen, ein Publikum aufbauen und Geld verdienen können. Ja, die zahlen euch im Prinzip Geld dafür, dass ihr Sachen da hochladet und wenn jemand das Ganze nachher liest, bekommt ihr eine Provision ausbezahlt für jede Geschichte, wo halt gelesen wurde. Plus, durch eure Affiliate-Links könnt ihr auf jeden Fall gutes Geld auch noch verdienen. Ich persönlich habe halt eine ganz andere Methode, wie ich zum Beispiel Traffic auf meine Affiliate-Links bringe. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, checkt gerne unten in der Videobeschreibung den allererrschenden Link ab. Da zeige ich euch nämlich, wie ich es geschafft habe, meinen YouTube-Kanal aufzubauen und im Prinzip jeden Tag Traffic auf meine Produkte zu leiten, nur durch meinen YouTube-Kanal, komplett passiv, auch wenn ich gerade nicht am PC hocke. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze auschecken wollt, schaut gerne auf der Beschreibung vorbei. Ich bedanke mich für immer fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.